1, 2, 3! Das geht doch noch ein bisschen besser! 1, 2, 3! Servus Party People! Heute im Rasputin Club die Russian Xperia Night mit den wunderschönen Victoria Glamour Showgirls und wir lassen es heute krachen zur achten Xperia Night. Es ist der Wahnsinn. Wie ihr schon gesehen habt, es ist übervoll. Die Schlange stand mindestens 2-3 Stunden. Es ist immer noch nicht fertig. Wir haben eine riesige Schlange vor uns. Und wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf die gigantische Party hier in unserem tollen Rasputin Club zur achten Russian Xperia Night bei dir im Rasputin Club Andernak. Wir finden eine riesige Schlange! Wir sind jetzt gerade im Rasputin Club in Andernach. Wie ihr seht, wir haben eine gigantische Schlange, wir haben Full House. Die Schlange hört einfach nicht auf, schon seit zwei, drei Stunden. Die Schlange hört einfach nicht auf, schon seit zwei, drei Stunden. Die Schlange hört einfach nicht auf, schon seit zwei, drei Stunden. Die Schlange hört einfach nicht auf, schon seit zwei, drei Stunden.